Dieser Rubens, eine Harmonie in Licht und Farbe, eine kunstvolle Komposition und meisterhafte Gestaltung, beschwingt im Aufbau und großartige Gedankendichte, meisterhaft in der Linie, Dieser Charme der natürlichen Bewegung, wunderbar in der Harmonie der Formen, ein gekonntes Schönheitsideal. Da siehst du wieder, bei uns loben sie nur den Maler und die Kunst. Ja, unter drüben sprechen sie nur von der Schönheit des Weibes. Wir waren doch als Rubens und Zmate die Idealfiguren einer ganzen Epoche. Das war einmal, meine Damen. Heute hat man andere Begriffe von Frauenreiz und Anmut. Wenn Rubens heute leben würde, er malte mich und hätte es zu ihrer Zeit schon die herrlichen Triumph wiedergegeben, auch sie würden so aussehen wie ich. Heute triumphiert die Schönheit in der maßvollen und ästhetischen Erscheinung. Eine so vollendete Gestalt, als Inbegriff unbeschwerter Beweglichkeit, wird sich immer den Triumph der Welt erobern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen des Deutschen Modeinstituts begrüße ich Sie bei unserer heutigen Veranstaltung. Es geht uns nicht nur darum, die neueste Mode zu zeigen, sondern wir wollen Ihnen vorführen, wie wir uns richtig und geschmackvoll anziehen. Was trägt man wann und wo und wie? Dass das nicht immer ganz leicht ist, will uns jetzt Olli Gubo sagen. Olli Gubo! Modenschau 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 Die erfreut doch jede Frau Und ihr Herz schlägt schneller Die Augen werden heller Modenschau Modenschau Da weiß jeder Mann genau Sie sieht neue Kleider an Und ich bezahl sie dann Modenschau Modenschau Elegant Qualitätsvollendet Charmant und schick Ob rein seiderner Golfschantung für 155 Mark Oder modisches Hemdblusenkleid für 69 Mark Qualität und Preise von Charme und Schick Begeistern auch Sie, nicht wahr meine Damen? Und was sagen Sie dazu? Nur 95 Mark Die Hütte sind übrigens aus dem Salon Friedl-Stauber Jede Frau findet das Passende für den Frühling Und für den Sommer zu äußerst vorteilhaften Preisen Bei Charme und Schick Was ist nur an den Beinen von Dolores Dass sie den Männern den Kopf verdrehen Meine kommt bestimmt nicht mehr nach Haus So schnell ist die ganze Liebe aus Was zieht die Männer so mächtig an wie ein Magnet Was erfüllt sie so mit Leidenschaft? Ja wer hat die geheime Zauberkraft? Was zieht die Männer so mächtig an wie ein Magnet? Das sind doch nur die Strümpfe von Dolores Die euren Männern den Kopf verdrehen Drum tragt die selben Strümpfe und erprobt es Sie werden nur noch zu euch hinsehen Dann hat ja jeder so schöne Beine Und kann alleine für ihn sich drehen Es weiß die wirklich elegante Dame Dass dieser Name bringt Qualität Wie verdreht es doch die Welt? Dafür hat sie immer Geld Pinneware, Flitterkram, Lippenstifte, Kitschroman Hutmodelle schnell passé, Schlankheitsperlen mit Filet Alle Tage in Cafés Eins, zwei, drei, vier Eisbäsés Kirlefanz recht bunt lackiert Eintagsfliegen groß kariert Wie verdreht es doch die Welt? Dafür hat sie immer Geld Wenn, dass ich dich treffe, meine Liebe Du, ich habe bei Dings da ein süßes Pätschirchen gesehen Steck dir mit Cerise gefüttert Dazu kaufe ich mir einen blöderen Schal mit spitzen Hand Dafür hat sie immer Geld Wie verdreht es doch die Welt? Doch wie mies sieht's aus zu Haus? Da hält's ja kein Hund drin aus Da hält's ja kein Hund drin aus Und das ließe sich schnell ändern Wenn die Dame sich einmal die neue Tapetenkollektion zeigen ließe Das ließe sich immer honey Was nützt die noch so schöne Fassade, wenn dahinter ein Trümmerhaufen liegt? Auch das ist eine schöne Fassade. Etwas Rouge, ein schön gemalter Mund. Was nützt es, wenn die Zähne ungepflegt sind? Dadurch wird so manche Illusion zerstört. Der sogenannte Wert aufs Äußere aber setzt stets ein gesundes Inneres voraus. Also Biox Ultra Sauerstoff Zahnpasta. Seit 30 Jahren bewährt. Frischer, sympathischer Atem, der das Äußere nun noch sympathischer erscheinen lässt. Und für dich die neue Biox Fluor Zahnschutzpasta. Denn sie härtet deine Zähnchen und schützt sie vor Karies. Hämmchen klein ging allein in die weite Welt hinein. Allein in die weite Welt? Nur mit Stock und Hut? Ohne Mutti? Und ohne Vati? Nein, natürlich geht Vati mit. Aber wer weiß, ob der Vater auch in Zukunft immer mitgehen und seinen Sohn führen kann. Was ist, wenn der heranwachsende Hans später wirklich allein ohne die helfende Hand seines Vaters ins Leben treten muss? Keine Sorge. Er hat eine gute Hilfe, denn sein Vater hat vorgesorgt durch eine Berufsausbildungsversicherung bei der Allianz. Damit kann Hans sich frei und unabhängig für seinen Beruf entscheiden. Und eines Tages ist es dann soweit. Aus Kindern werden Leute und aus Mädchen werden Bräute. Auch ihr Vater hat frühzeitig für sie vorgesorgt. Durch eine Aussteuerversicherung bei der Allianz. So ist für den Beginn einer glücklichen Ehe gut vorgesorgt. Und heute ist dafür die beste Zeit. So schützt die Allianz den Einzelnen und seine Familie und dient zugleich dem allgemeinen Fortschritt. Die Amazonen. Bei mir nicht. Und bei Ihnen auch nicht mehr. Eine Idee fliegt um die Welt. In 32 Ländern der Erde. Wamsler. Und deshalb sage ich, die oder keine. Wamsler. Die ideale halbautomatische Schnellwaschmaschine mit der enormen Waschleistung. Wamsler. Die weltbekannte Waschkombination. Und jetzt zeige ich Ihnen in der Küche mein Paradepferd. Rassig. Wunderbar. Jedoch das Paradepferd Ihrer Küche ist natürlich ein Bosch-Kühlschrank. Ja. Er ist doch vollendet schön. Elegant, nicht wahr? Wirklich. Der Kühlschrank Neuen Stils. Du. Schirrapp. Sonntumpe. Nimm endlich den Helm ab, du Feigling. Du nimm die Handkanate weg, ja? Bitte. So, jetzt hab ich satt. Ich geh. Gott sei Dank. Auf Wiedersehen. Auf immer wiedersehen. Leo. Jetzt ist er weg. Nein, noch nicht ganz. Mir ist nämlich eingefallen, dass es heute Mittag eine so herrliche Kühnersuppe mit Nudeln gibt. Von Maki. In fünf Minuten ist sie fertig. Bravo. Ist das eine Geschäftsauslage? Nein, das ist der Stand einer Ausstellung für Form und Schönheit an Industrieprodukten. Täglich einmal in der Sonne mit Osram Ultravitalux, der Hochgebirg Sonne im eigenen Heim. Und was sagt sie dazu? Mhhh, ja, so mag ich dich. Machen Sie sich die Freude und probieren Sie ihn gleich morgen in einem guten Fachgeschäft aus. Die neuen Remington Rolectric. Rolectric. Machen Sie sich die Freude und der Hochgebirge! Machen Sie sich die Freude und der Hochgebirge! Und was sagt sie aus dem Kühner? Und was sagt sie das für eine Auge? Und wo ist das für die Lebensmittel? Und was sagt sie der Hochgebirge? Und wo ist das für eine große Liebe? Und wo ist das für eine große Übung? Gesunden sind Reibekuchen-Spielerei für Sie und auch für Ihn. Starmix, Starmix, immer wieder Starmix, zaubert die schönsten Sachen, köstlich und sparsam und fix. Hacken, schneiden, rühren und zerkleinern, jedes Mal verfeinern, das macht der Starmix so fix. Starmix, Starmix für Sie und für Ihn, merke dir, nur eine Küchenmaschine hat das Recht, sich Starmix zu nennen, nämlich der echte Starmix mit seinen vielen bewährten Zusatzgeräten, das Erzeugnis aus dem Hause Elektrostar.